Ich lerne Deutsch. Nummer 10157 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Sei geduldig mit Menschen, die Fehler machen. Sei geduldig mit Menschen, die Fehler machen. Ich schenke meiner Freundin Lisa zu ihrem 30. Geburtstag einen Blumenstrauß. Ich schenke meiner Freundin Lisa zu ihrem 30. Geburtstag einen Blumenstrauß. Ich schenke meiner Freundin Lisa zu ihrem 30. Geburtstag einen Blumenstrauß. In der ersten Yogastunde geht es darum, sich mit der neuen Situation, dem Yoga und dem eigenen Körper vertraut zu machen. Das gefällt mir. Ich bin zufrieden. So soll es sein. Das gefällt mir. Ich bin zufrieden. So soll es sein. Das gefällt mir. Ich bin zufrieden. So soll es sein. Die Wahl des neuen Vorstandes ergab, dass die bisherige Vorsitzende in ihrem Amt bestätigt wurde. Die Wahl des neuen Vorstandes ergab, dass die bisherige Vorsitzende in ihrem Amt bestätigt wurde. Meine Freizeit verbringe ich gerne am Meer, weil die Luft hier viel besser ist als in der Stadt. Meine Freizeit verbringe ich gerne am Meer, weil die Luft hier viel besser ist als in der Stadt. Durch die Spaziergänge im Wald erlebe ich die Natur ganz nah und schüttele den Stress des Arbeitslebens ab. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte ein Like. Vielen Dank.